und das ist das 8-Kanal-Videosystem, das ich auf der Anlage verbauen will. Das packen wir jetzt einmal aus, das haben wir sehr gut verpackt, die braucht kein Licht muss ich sagen. Das ist der Rekorder mit 8-Anschlüssen, PoE-Anschlüsse, das heißt die Kameras kriegen Strom über das Netzwerchkabel. Was gibt es da noch weiter, CD dazu, mit Beschreibung, Strom, brauchen wir natürlich auch. Da sind ja einige Schachteln drinnen. Und das sind die Kameras. Mit Infrarot, Netzwerkanschluss. Dübel Schrauben, die wir ja in dem Fall nicht brauchen, wenn wir sie direkt an die Holzwand anschrauben werden, ans Holzgestell. Da gibt es ja noch große Schachteln. Mal schauen, was wir da drinnen haben. Da schauen, da sind sogar Netzwerchkabel dabei. Cool. Ne, da werden wir gleich, werden wir gleich einmal ein, zwei Kameras anschrauben, in Betrieb nehmen. Sehr schön. Gut. Dann machen wir das einmal. Ich habe da jetzt noch eine Schachtel dazu gekriegt. Und ich schätze, das wird die Festblocken sein. Ja genau, das ist ein Festblocken. Dann schrauben wir das Ding einmal auf. Schauen wir mal, wie das innen drinnen ausschaut. Jetzt habe ich noch ein Problem. Jetzt füllen wir die Schrauben für die Festplatten zum Montieren. Tja, da sind sie drinnen. Ich habe sie gefunden. Ist ja eh alles dabei. Ich habe das Teil jetzt einmal an die Wand montiert. Das jetzt nochmal professorisch an den Strom anhängen. Jetzt packen wir es jetzt einmal so ein Kabel aus. Jetzt brauchen wir aber einen Inbusschlüssel. Jetzt werden wir da mal schauen, ob da nicht doch irgendwie noch irgendwas in einer Schachtel drinnen ist, was wir brauchen könnten. Zumindest ein Inbusschlüssel sollte dabei sein. So, erst die Kamera ist montiert. Und jetzt werden wir es einmal einschalten. Liebe Leute, wie ihr seht, die erste Kamera ist angeschlossen. Funktioniert tadellos das System. Ja, das war es wieder mein Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und hoffentlich war etwas Interessantes für euch auch dabei. Hinterlasst mir wieder Kommentare, Wünsche, Beschwerden, Anregungen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Wochen und alles was dazugehört. Viel Spaß mit euch an der MOBA und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.